Bin ich im fünften Satz bei 9,7 beispielsweise mit einem Aufschlag dran. Wie sehr ist sowas wichtig für... Und ja, im Endeffekt ist es so, dass heutzutage... ...bei den fünf Chancen hatte, heute bei zwei Chancen ist das was anderes. Aber war natürlich erst mal ein perfekter Start für Gossi. Geht dann wirklich sehr, sehr gut. Beobachten. Ja, man wird ja schon sehen, dass Gossi versuchen wird, entweder gerade Aufschläge zu machen oder seit Überschnitt Aufschläge zu machen, damit man sieht, wie Timo in das Spiel reinkommt. Immer eine gute Alternative in der heutigen Zeit, einen langen Aufschlag zu machen. Und da ist natürlich Gossi ein sehr guter Spieler. In dem Ballwechsel muss man sich wirklich extrem zum Ball bewegen. Das ist ein klassischer Aufschlag von Timo. Topathlet und ja, zeigt das immer wieder. Aber dann doch schnell auf langes Spiel zu spielen, nicht auf dieses kurz, kurz, um dann in dem Sinne Timo... Deshalb ist ja da natürlich überragend, was über den Tisch passiert. Und deshalb versuchen viele Spiele auch ein bisschen länger zu spielen. Und da hat auch wieder... Bei so einem Spielstand sechs Breite, viel zu hohes Risiko gewesen. Von Jörg Roskopf. Mit 10 zu 8 dann zu sein, zwei Aufschläge zu kommen. Und ja, sehr guter Rückschlag, eben kurz in Rückhand, sofort. Und direkt nochmal. Erster Satz, 11 zu 8 für den zweiten Satz. Timo Boll schlägt auf. Und natürlich immer auch mit der Perspektive, dass Boll das vielleicht gar nicht zulässt. Aber das wäre... Gossi hat zwei, drei Bälle dann liegen lassen, aber hatte seine Chance gehabt. Und wieso dann taktisch was zu verändern? Er hat ein gutes Spiel gegen Timo und er wird weiterhin mit offensiven Schlägen agieren wollen. Weiter mit den Aufschlägen, die er nach vorne spielt. Mega macht. Ja, sehr viel Glück bei Gossi. Auch natürlich das, was die Zuschauer sehen wollen. Ballonabwehr, Timo schubbt und dann kommt natürlich auch Timo schießen. Dann natürlich ein Kopfbind, hinten auf die Kante. Bisschen Glück, aber natürlich auch verdient. Und Vita startet Gossi perfekt. Erster Satz, 3-0-Führung gehabt. Zweiter Satz, 4-0-Führung. Und da sieht man es direkt. Es ist zwar ein 6 zu 0 Vorsprung, aber er muss wirklich noch konzentriert bleiben und alles versuchen. Und Timo wird sein bestes Spiel. Im Satz bis 11 natürlich dann oft provozieren. Der Druck bleibt hoch. Der Druck ist perfekt zelebriert. Fester war jetzt hingestellt, dann auch zu sagen, okay, ich muss ein bisschen aggressiver werden. Und mit wenig Überschnitt vielleicht einfach mal ein bisschen mehr zu machen. Der war jetzt... Überschnitt und da ist seine Chance. Und jetzt hat Timo seine Chance. Da wird er eben in der Rückhand festnageln. Jetzt wieder der zweite Aufschlag und Gossi schlägt auf. Rotation. Er war ja schon hier nach diesem Ball in der Bedrängnis. Und dieser Rückhand jetzt war sehr stark gewesen. Noch gut platziert. Direkt rumgegangen. Mit Vorhand dann in den Körper gespielt. Das war schon sehr, sehr stark gewesen. Weil Gossi natürlich nach dem ersten Ball die absolute Dominanz eigentlich hatte. Das war der erste Mal der Aufschrei. Genau. Es ist so wichtig. Letzt. Zwölf. Elf. Ja. 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 Es dauert mit Sicherheit ein bisschen, dass sie wieder reinkommen, weil sie haben natürlich jahrelang mit dem Material. Ich denke, die Nuancen im Top-Bereich sind immer da. Und da müssen sie erst mal das Selbstvertrauen wieder kriegen. Aber ich glaube, sie haben Top-Material. Und da ist es so, dass die Spieler das vor allen Dingen verkraften müssen. Zu Wiss, da geht es jetzt weiter. Und ich glaube, es war mitten in der Saison. Normalerweise ist es, glaube ich, immer besser. Am Ende vielleicht irgendwas wechseln wollen. Weil ich glaube, danach hat man Zeit. Bis dahin sollte man wirklich voll fokussieren. Gut. Ich fand den Zeitpunkt, das wurde gesagt, schon ein wenig überraschend. Aber Gauzy also wieder gefordert mit seinem Aufschlag. Da muss man einfach wirklich dabei sein. Da muss man einfach das, was Timo sich jetzt Gedanken gemacht hat. Wieso habe ich diesen Satz verloren? Da lebt der Timo jetzt nach. Und Gauzy ist viel zu passiv. Und seine Schulter hängen da. Aber da muss im Endeffekt dann mehr einfach da sein. Spielerisch, aber auch von der... Diesen Biss dann nochmal im dritten Satz. Oder ist er da so ausgeglichen mental? Genau, also er ist sehr ausgeglichen. Deshalb macht er sich... Und das muss er jetzt einfach verbessern. Und das hat er jetzt am Anfang auch verbessert. Aber das ist für den Gino... Wenn er die Qualität hält von seinen Aufschlägen, kurze Aufschläge zu machen, variiert ein bisschen. Dann ist es, glaube ich, wirklich, wenn die Qualität ist von Timo, da unglaublich viele Rotations... Da rein, machen das jetzt 9-4 für. Der hat eine große Führung. Sondern es geht einfach... Nächster Ball wechseln. Auch jetzt ein Spieler wie Calderano oder Karlsruhe, wird sich jetzt schon ein sehr einfacher Punkt. Wir vermelden das 2-1 für Timo Boll. Sein Körper fit bleibt, dass er da was macht. Ob er die eine oder andere Drängenseinheit mehr hat, lächstiger, wie jetzt für Dimitri Raufscherauf, vielleicht noch eine zweite oder dritte Einheit am Tag zu machen. Zu dem T-16, dass er gegen Wladimir Samsonov im Finale spielte, der wird auch noch besser. Und Samsonov ist noch ein paar Jährchen älter. Genau, genau. Also, Tischler sozusagen im Plan bleibt. Auch bei den Olympischen Spielen in Tokio sehen. Mit Sicherheit. Ich glaube, davon gehen wir an. Wenn wir 0-0 voll konzentriert sind, Flade spielt die Gegner extrem gut immer an. Er hat ein sehr gutes Blockspiel. Mit seiner Ruhe dann auch. Und man ist einfach beklagend, überragend spielen kann. Manchmal vielleicht auch Spiele dann auch klar gewinnt. Aggressiv, schnell in Rückhand zu spielen, da hat er doch, ja, vor allem im letzten Satz ein paar Bälle ausgelassen, wo er die Chancen gehabt hat. Ja, da sollte man auch wirklich dann auch nachlegen. Guten Aufschlag, Gegenläufer ein bisschen zu hoch gewesen. Aber er kommt wieder in die Position. Aber da hat man wieder gesehen, der Ball war ein Halbfett gewesen. Und da hat Timo sich einfach ein bisschen mehr zum Ball bewegen müssen. Ist hinten stehen geblieben, hat sich nur seitlich bewegt. Und man muss sich heute mit dem Plastikball zum Ball bewegen, weil der Ball natürlich auch ein bisschen schneller abfällt. Und deshalb kam der Fehler auch zustande. Kurzer Aufschlag, ohne Schnitt. Einfach nochmal die Chance wittert. Und jetzt schauen wir drauf, ob Gorsi vielleicht eine kleine Serie startet. Ein bisschen näher zum Tisch, wie er es früher gemacht hat. Aber er versucht natürlich auch, die Bälle gut abzuwehren. Auch unterstellt, wirklich Kleinigkeiten, die er eigentlich nicht in seinem Spiel auch gehört. Aber der Gegenläufer über die Vorhandseite. Der war zu viel in die Mitte. Und das Männer raus. Und er wird das Beste direkt präsentieren. Jetzt hat er seine Matchbälle, der Timo, und wird auch da bei den Matchbällen sein Bestes präsentieren. Entweder den geraden Parallel oder den Gegenläufer. Der Gegenläufer. Ja, Jörg, du kennst Timo Woll und erschreckend.